Herzlich Willkommen allerseits, ich bin Art Astrologe Leonardo und ich werde heute darüber sprechen, was die vedische Astrologie von der klassischen Astrologie unterscheidet am Horoskop von The One and Only Heidi Klohn. Und ich werde belegen, dass eben vedische Astrologie erleuchtete Astrologie ist und klassische Astrologie halberleuchtete Astrologie ist. Also bleibt dran, let's get the party started. So, erstmal möchte ich damit starten, dass wir nicht vom Affen abstammen. Es gibt überall Leben im Universum und wer es nicht glaubt, kann zum Beispiel Autobiografie eines Yogis lesen von Paramahamsa Yogananda. Ich habe ihn hier eingeblendet. Da siehst du zum Beispiel, dass Fuyuk Teshwar, der spirituelle Meister von Yogananda, er manifestiert, er materialisiert sich. Also er hat die yogischen Fähigkeiten, sich zu materialisieren nach seinem Tod. Also das Gleiche, was auch Jesus Christus gemacht hat. Zudem gibt es natürlich auch das Shemad Bhagavatam und andere vedische Schriften, die das Universum genau beschreiben, das untere Planetensystem, das mittlere Planetensystem und das höhere Planetensystem. Und es gibt grundsätzlich zwei Arten der Wissensaneignung. Die eine ist die spekulative Wissensaneignung, wo ich eine gewisse These mir ausdenke. So könnte es gewesen sein und dann versuche ich dafür Beweise zu finden. Die andere Wissensaneignung ist, das Wissen aus einer höheren Quelle zu akzeptieren. Das ist der vedische Weg. Es ist zum Beispiel so, dass dieses vedische Wissen von den höheren Sphären, von den Devatas, also den Lebewesen eben auf dem höheren Planeten, die auch Devanaga, die Sanskrit sprechen, herabgereicht wurde. Zum Beispiel sehen wir es vielleicht interessant, dass Sanskrit die Ursprache ist von allen Sprachen, also Latein, Griechisch, Hebräisch, alle Sprachen, wo zum Beispiel auch die Bibel nachher drauf basiert, kommen ursprünglich aus dem Sanskrit. Da haben wir zum Beispiel das Om, das zum Amen wurde und so weiter. Wenn du das vedische System akzeptierst, dann akzeptierst du eine Menge von Sachen, die bereits da sind, wo die Menschheit aber noch keine Erklärung zu hat. Also was heißt die Menschheit, die Zeit, in der wir leben, im Moment eben noch keine Erklärung dafür hat. Zum Beispiel Ufos. Wir wissen im vedischen Wissen, dass es gibt Planeten unterhalb der Erde, wo kein Sonnenlicht hinkommt und die sind technologisch weiterentwickelt. Und daher gibt es zum Beispiel Ufos. Das ganze Universum ist belegt. Es wäre auch verrückt, dass jetzt nur auf unserem Planeten Leben existiert. Nein, alles ist von Leben erfüllt. Zum Beispiel haben sich auch Gandavas hier manifestiert. Noch vor einigen 2000, 3000 Jahren wurden Engel gesichtet. Das Sanskrit-Wort dafür ist Gandavas. So wenn du diesen vedischen Weg gehst oder diesen Weg der vedischen Astrologie, kommst du automatisch in ein ganz anderes Weltbild hinein, wo du akzeptierst, dass wir nicht vom Affen abstammen, sondern dass es hohe Zivilisationen immer gegeben hat, dass die menschliche Lebensform eine ewige ist. Genauso wie alle anderen 8.400.000 Lebensformen, da gibt es 400.000 menschliche Lebensformen, wo eben Gnome, Zwerge, Enge, Kobolde, alles dazugehört. Und es wird alles in den vedischen Schriften beschrieben. So deswegen, vedische Astrologie ist eben ein Teil davon. Wir haben auch ein interessantes Buch mal gelesen, das heißt Verbotene Archäologie. Da finden die Forscher immer mal wieder was, was überhaupt nicht in das normale Weltbild hineinpasst. Ja, und hier habe ich noch das Buch eingeblendet, ist leider nur in Englisch erhältlich. Aber das nur zu Beginn. So nach dem vedischen Weltbild ist es eben so, Astrologie wurde schon ins Universum im absolut perfekten System eingegeben. Und um es kurz zu machen, die Abendländer, erst in Kaliugat, sind natürlich in den Osten gegangen und haben gedacht, oh, das ist aber interessant, das System. Haben das dann mit der Astronomie vermischt. Und dann ist mal 50 nach Christi einer gekommen, der hat einen Kalender halt entwickelt, der ein Mixdown war zwischen Astronomie und eben dem, was sie da im Osten gefunden haben. Und so ist eben das klassische Astrologie-System entstanden, was ihr heute in YouTube von vielen Astrologen vorgesetzt bekommt als die Astrologie. Und natürlich, es handelt sich im Moment nur um 24 Grad Unterschied. Die Aspekte sind natürlich die gleichen bei der vedischen Astrologie und bei der klassischen Astrologie. Aber ich möchte jetzt an dem Beispiel von Mrs. Heidi Klump zeigen, wie es zu total unterschiedlichen Schlussfolgerungen kommen kann in diesem System. Und du, lieber Zuschauer, du solltest dir darüber Gedanken machen, was das für dich bedeutet, wenn du zum Beispiel dein Horoskop in dem ursprünglichen vedischen System der voll erleuchteten Astrologie dir anschaust, was es für einen Unterschied macht zu dem klassischen System, was eben dich ungefähr auf die Fährte deiner Persönlichkeit und auch deines Karmas führen kann. Ich sage ja nicht, dass es jetzt total alles Quatsch ist. Du siehst halt alles ein bisschen verzerrt. Es ist eine verzerrtere Brille. Du siehst eben nicht so genau. Und deswegen lass uns das jetzt mal an dem Beispiel von Heidi anschauen. Ich weiß, manche von euch mögen sich vielleicht fragen, ich habe da schon mal irgendwie ein Video gemacht mit Heidi Klum. Warum? Und warum jetzt wieder Heidi Klum? Eigentlich wollte ich Gottschalk machen. Ich wollte jemanden nehmen, der total berühmt ist, den jeder kennt. Und ja, dann hatte ich die Heidi und dann hatte ich den Gottschalk. Zum Schluss habe ich mir das Horoskop eben angeguckt. Und ich will jetzt zeigen, wie das Horoskop halt im tropischen System, in der klassischen Astrologie aussieht und wie das halt in der vedischen Astrologie aussieht. Und dafür gebrauche ich jetzt erstmal meine klassische Radix-Software, in der ich das eben auch auf sidirisch-schwedisch einstellen kann. Allerdings kann ich nicht das Haus-System, was eben eins zu eins mit den Zeichen gedeckt ist, kann ich nicht einstellen da. Aber lass es uns einfach anschauen und dann lass uns den Unterschied uns angucken, der eben entsteht in der Aussage. Das ist eben mein Punkt, weil wir kommen dann eben zu einer ganz anderen Aussage, wenn wir uns das halberleuchtete System ansehen und dann das vollerleuchtete System. So, hier ist es noch auf dem vollerleuchteten System. Jetzt mache ich es erstmal mit tropischer Astrologie, damit ihr seht, wie jetzt ein klassischer Astrologe das Horoskop sehen würde. Und zwar so. Wir haben hier die Neumund-Konstellation. Okay, von der Heidi. Okay, alles im Bereich von Zwillinge. Saturn ist hier mit Merkur zusammen. Saturn würde hier eine Strenge geben, muss ich dazu sagen. Also Saturn bedeutet ja immer very konzentriert, also very focused, macht den Merkur karg. Wo ist da die Kargheit in der Sprache? Bei der Heidi, meine lieben klassischen Astrologen. Meine Mädchen, ihr dürft heute Abend im Megakönig laufen vor ganz vielen zapperten Typen. Ja, da könnt ihr euch nämlich schon mal dran gewöhnen, was euch dann im Modelleben so erwartet. Also, erst ankrebschen lassen, dann das Koks. Wo ist da der alte Mann, mit dem sie zusammen ist? Sie hat sich jetzt einen jüngeren Partner ausgesucht, weil Saturn bedeutet ein älterer Partner in der Liebe. Es gibt hinten und vorne keinen Sinn mehr. Was ihr wissen müsst, ist, dass man in der widerschen Astrologie, sobald Planeten in einem Zeichen sind, egal ob die 20 Grad voneinander entfernt sind oder ein Grad entfernt sind voneinander, ist das eine Konjunktion. Hier am Beispiel von Heidi, Soos Cook, können wir sehen, dass eben Merkur und Venus in Zwillinge sind. Saturn ist aber ganz knapp hier ein Grad mit Sonne und Mond zusammen. Während die klassischen Astrologen eben sagen würden, hier ist eine Konjunktion zwischen Merkur, Venus und Saturn. Also, das ist im Grunde verwirrend. Aber in der widerschen Astrologie ergibt es sofort alles Sinn, dass sie eben diese Merkur, Venus hat in Zwillinge und dass der Saturn eben gar nichts damit zu tun hat. Also, ja, wenig. Das ist ein ganz anderer Raum. In dem Moment, wo die Türe zu ist und du bist in dem Pink-Hintergrund und bist du nicht mehr in dem schwarzen Hintergrund. Du bist einfach in einem ganz anderen Film, wenn du in einem anderen Raum bist. So arbeitet die vedische Astrologie. Es kommt darauf an, in welchen Zeichen der Planet ist und dann ist es immer eine Konjunktion. Alle Planeten, die in dem Raum sind, sind in dem Raum. Und die können kein Yoga mit Planeten in einem anderen Raum haben. Okay? I hope this makes sense. So, wir haben halt hier alle Planeten Sonne, Mond, Merkur, Venus und Saturn im Zwillinge-Zeichen. Was eigentlich normalerweise nicht viel mit Mode zu tun hat, weil das Modezeichen ist ja eigentlich Stier. Das ist ja das sinnliche Zeichen. Da geht es um Material zum Beispiel, um Speise und Essen und Geschmäcker und Stoffe und alles, was eben sinnlich ist. Aber hier in der klassischen Version von Heidi Klum ist davon überhaupt gar nichts zu sehen, weil es gibt gar keine Planeten im Bereich Stier. Hier bleibt also noch die Quasel-Tante, die mit ihrer Piepsstimme spricht. Die Heidi Klum, die eben diese Zwillinge-Neigung hat, diese Zwillinge-Natur. Aber hier haben wir eben als Sonne Hauptpunkt. Sonne bedeutet immer Vision, Plan. Das Zentrum in deinem Leben, das Zentrum deiner Fokussierung. Das, was du tatsächlich machst. Und was macht sie tatsächlich? Sie ist tatsächlich daran interessiert, Dinge schön zu machen oder einen Sinn für Schönheit zu haben. Sonne, ein Gefühl für Schönheit zu haben. Für alles, was Form betrifft, was Material betrifft, was Geruch betrifft. Also hier im Stierzeichen haben wir halt diese ganzen Dinge wie Gerüche, Parfüms, Aussehen, Farben. Das alles fehlt bei der klassischen Version von der lieben Frau. Ein anderer Punkt ist hier, dass sie hier in dieser Version hat sie den Jupiter im Zeichen Steinbock. Und vielleicht wisst ihr, ich hatte das im Jahr 2022 zur Diskussion gehabt, wo Jupiter nach der welischen Astrologie im Steinbock war. Und da habe ich gesagt, Jupiter hier, er ist letztendlich nicht in seinem eigenen Element. Er wäre im Schütze, Jupiter ist der Herrscher von Schütze und von Fische in der welischen Astrologie. Da wäre er in seinem eigenen Element. Und hier ist aber der Jupiter auf die Gesellschaft gerichtet. Also er schaut nach dem Erfolg. Und wenn du nur nach Erfolg schaust, dann bist du nicht mehr richtig gesettet mit dem Jupiter. Weil Jupiter schaut nicht nur nach Erfolg, er schaut auch nach Weisheit und nach Wissen. Hier haben wir eben Mars in der wirklichen Version im Wassermann und Jupiter haben wir im Steinbock. Jetzt nochmal zum Unterschied uns angucken, wie es dann im Tropischen aussieht. Das ist nämlich der zweite interessante Punkt. Da haben wir Mars im Fische. So ist wirklich bei der Heidi Klum Mars im Fische. Bekostet Fische Mars. Ihr wisst es vielleicht. Mars ist ein Feuerplanet. Fische ist ein Wasserzeichen. In diesem Horoskop haben wir eine fahrige Person. Denn Jupiter hätten wir hier im Wassermann. So da haben wir schon eine ganz andere Situation. Da wäre sie an sozialen Themen interessiert, an politischen Systemen interessiert. Da würde sie anfangen, für gewisse Dinge zu demonstrieren. Zum Beispiel Umweltverschmutzung oder irgendetwas zur Verbesserung der Gesellschaft tun. Und da Informationen drüber austeilen. Aber nichts von dem macht sie tatsächlich. Hier nochmal der Unterschied zur vollerleuchteten Astrologie. Wie gesagt, so sieht die Sache tatsächlich aus. Hier ist sie die Bissige. Hier haben wir den Aspekt von Mars in einer Spannung zu Venus. Das heißt, sie streitet um, was ist Fashion, was ist Mode, was ist gut, was sieht gut aus, was sieht nicht so gut aus, über Geschmäcker. Also sie labert aus der Labertasche Zwilling, Merkur-Venus im Zwilling, darüber, was hübsch ist. Das ist ihr Journalismus, das ist ihre Belletristik sozusagen. Aber das ist gut für die Quote, also los geht's, Mädels! Hopp, hopp, hopp! Es ist mal wieder an der Zeit, euch zu zeigen, wie geil ich laufen kann und wie geil ich immer noch aussehe mit meinen über 43 Jahren. Ich liebe euch alle! Wieso weint denn die Lisa? Ja, die Lisa, die versteckt sich da hinter der Tür, weil ihr die Frisur nicht steht. Ja, da hat sie recht. Das machen wir doch für die Quote, damit die Zuschauer Mitleid mit ihr haben. Und für uns ist das ganz egal. Für mich werfen sie in der übernächsten Folge ja sowieso raus. Dann können sie gucken, was sie mit der Frise macht da draußen. Und ihr Gefühl, Stiermond und ihr Hauptpunkt ist eben die Mode. Wir müssen es immer zusammen sehen. Sobald ein Planet Aspekte hat, hier wie zum Beispiel Mars, können wir jetzt nicht gesellschaftlich sehen in dem Sinne, weil er eben in Connection mit Venus ist. Das heißt Kommunikation über hübsche Sachen und weil eben hier Sonne und Mond, also Gefühl und Hauptpunkt oder Hauptstage, Hauptbühne des Lebens ist Stier betont. Ja, wir müssen es zusammen sehen. Also da ist sie ganz anders drauf mit diesem Mars, nicht wie jetzt mit dem Fischermars, da wäre sie vielleicht irgendwie in Tureki oder sie würde irgendwas mit Energien machen, mit spirituellen Energien. Ja, und Jupiter eben hier auf die Gesellschaft gerichtet, auf gesellschaftlichen Erfolg by hook and by crook. Ich will jetzt nicht sie verurteilen, das ist jetzt nicht total was Schlimmes. Es ist halt einfach so, dass diese Person jetzt nicht darauf guckt, ob nun alles wahr und richtig ist, sondern sie ist jemand, der sich den Werten und den Normen der Gesellschaft unterordnet und dadurch eben Erfolg hat. Und Jupiter in seiner ursprünglichen Position, zum Beispiel in Fische oder in Schütze, würde sich aber nicht unterordnen. Er würde die Wahrheit sagen by no means oder er würde für ein höheres Ziel oder ein Ideal auch den materiellen, weltlichen Erfolg auf den Deckel setzen. Also er würde es nicht unbedingt machen. So zum Schluss will ich, wenn auch nur kurz, die vedische Grafik wenigstens mal einblenden, so dass ihr das anhand des vedischen Systems nochmal seht. Was natürlich jetzt nochmal auch interessant wäre, wäre, wenn wir jetzt noch die Nakshatras bearbeiten und noch die anderen Sachen. So nur kurz hier, sie ist Ascendent Löwe. Ja, das ist natürlich klar. Löwe bedeutet sich zur Schau stellen. In der klassischen Astrologie wäre der Ascendent fast schon in der Jungfrau, ja. Aber hier haben wir ihn im Zeichen Löwe und der Herrscher von Löwe Sonne natürlich im zehnten Feld. Ich will gesehen werden, ja. Es hat zum Beispiel auch Madonna, diese Konstellation. Sonne im zehnten Feld, das sind berühmte Leute. Hier, sie fühlt sich auch wohl in der Öffentlichkeit überhaupt. No problem, ich zeige mich den anderen, ja. Ich werde gerne gesehen. Und sie hat auch Saturn, der natürlich auch einen Bezug zum zehnten Feld zumindest hat, als ihren Atma Karaka, also disziplinierte Arbeit. Stetig weiterkommen, am Ball bleiben. Das ist diese ganze Konzentration. Ich meine, er ist hier in einem Erdzeichen im Stier. Normalerweise, er ist der Herrscher ja vom zehnten Feld. Hier haben wir dann den Steinbock im sechsten Feld, im Feld der Arbeit mit dem Jupiter. Also viel Arbeit macht sie hier J.U. Jupiter, sie ist ein Workaholic und es ist auch ihr Erfolg, dass sie halt viel Arbeit hat. Und der Herrscher vom Steinbock Saturn ist im zehnten Feld, im Haus der Karriere. Ja, und hier hat sie die ganzen Netzwerke, die ganzen Leute, die sie kennt. Venus, sie geht in die Öffentlichkeit. Das ist das elfte Haus. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Okay, das sind die Netzwerke, Social Networks. Da fühlt sich natürlich Merkel und Venus wunderbar. Und aber sie lässt sich nicht irgendwie was einreden. Sie macht auch keine Kompromisse. Sie macht ihr eigenes Ding, weil nämlich Schicksalsachse Rahu ist wieder im fünften Feld, was wieder Löwe betont ist. Zum Schluss will sie Ich sagen. Zum Schluss ist sie auf Ich gestimmt. Auf eben Löwe-Energie. Sich zeigen, unabhängig Sachen zu machen. Da setzt sie manchmal auch schon Leute ab. Also ihre Freundinnen auch ab. Weil wir haben hier Keto und Venus. Venus sind auch alle anderen Frauen. Und es sind auch alle anderen Konkurrentinnen. Und du siehst sie nicht lange harmonisch mit anderen Frauen zusammen. Okay, das ist auch noch ein kleines Geheimnis in ihrem Hoheskop. Hier haben wir jetzt ein ganz nuttiges Nacktshooting für euch vorbereitet. Aber keine Sorge, wir pixeln auch die ganze Zeit eure rausfallenden Bröstchen. Dafür haben wir extra drei neue Karte eingestellt. Liebe Giselle, wir haben uns beraten, der Thomas, Hajo und ich. Es tut mir leid. Ich habe heute leider ein Foto für dich. Nein, komm her! Das war nur der Text, den ich die ganze Zeit ablöse. Aber hier haben wir genau den richtigen Mix zwischen Erde und Luft. Den wir tatsächlich bei der Heidi in ihrem tatsächlichen Leben sehen. Und ich weiß nicht, ob das klar geworden ist, wie groß eigentlich der Unterschied ist. Das ist ein sehr gutes Beispiel gewesen. Zum Schluss biete ich dir natürlich an, auch dein Hoheskop mal zurechtzurücken und aus der vedischen Perspektive anzuschauen. Ich mache Live Visions. Ich mache auch Videos, wo ich so zu dir spreche, wie ich jetzt hier zu dir spreche. Und wo ich einfach über dein Leben spreche, also wo du herkommst, wo du gerade stehst und wo du hingehst. Was deine Planetenphasen sind, was deine Entwicklung ist. Und ja, ich würde mich freuen, von dir zu hören. Und ich verbleibe, dein Adersologe Leonardo. Ciao! Ciao! Bis zum nächsten Mal.